Bei einer Distanz von 16 bis 20 Metern empfehle ich euch einen Anlauf von etwa 90 Grad zum Ball. So verfasst ihr den Ball etwas mehr Effet und weniger Kraft, schafft es aber auch auf die kurze Distanz den Ball über die Mauer und trotzdem ins Tor zu gefördern. Bei einer Distanz von mehr als 20 Metern laufe ich persönlich in einem Winkel von etwa 45 Grad an, verpasse dem Ball etwas weniger Schnitt, mehr Kraft und sorge dafür, dass der Torwart den Ball nicht mit der Mütze aus der Luft fangen kann. Bei einem Freistoß mit dem Fehl solltest du den Ball im äußeren, unteren Viertel treffen. Das heißt als Linksfuß links unten, als Rechtsfuß rechts unten. Du triffst den Ball mit der Innenseite und schwingst das Bein voll durch. Dadurch verleihst du dem Ball den bereits erwähnten Effet und der fliegt im Optimalfall in einer Kurve über die Mauer ins Toreck. Die Bananenflugkurve bei Freistoßen mit Effet ist dadurch zu erklären, dass der Ball in Rotation versetzt wird. Als Linksfuß befördere ich den Ball beispielsweise in eine Rechtsrotation. Das heißt auf der rechten Seite bewegt sich der Ball mit der ihm entgegenströmenden Luft. Dadurch entsteht dort ein Sog und der Ball fliegt automatisch in einer Rechtskurve. Beim Rechtsfuß, der mit der Innenseite schießt, ist es genau andersrum. Gleiches Prinzip gilt aber auch, wenn man mit dem Außenriss schießt. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Ansonsten hoffe ich, dass ihr die Zeit findet, um euch mit dem Ball, einem Tor, eventuell einem Torwart und einer Mauer zu bewaffnen und einfach rauszugehen und zu üben. Denn das Wichtigste ist die Übung. Achtet dabei darauf, dass ihr zunächst mal aus kürzerer Distanz übt und euch dann steigert. Wichtig ist erstmal nicht die Schusskraft, sondern die Technik. Das heißt ihr arbeitet an eurem Treffpunkt, ihr arbeitet am Effet und steigert euch dann. Und schafft es dann hoffentlich irgendwann auch, die Dinger im Spiel umzusetzen. Viel Spaß.